Wie manche von euch wissen, liebe ich Wiener TikToker. Und ich lasse mir keine Gelegenheit entgehen, ein Video über meine zwei Lieblingspatienten aus Wien zu machen. Sarah de Bust, Dodevska und Nafri Omar haben ein Video zusammen gemacht. Kleine Warnung, ich übernehme keine Haftung dafür, falls eure Gehirnzellen absterben sollten. Wisst ihr, es ist ja nichts Neues, dass Sarah sich eine Fantasiewelt aufgebaut hat. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie sie solche Sachen komplett ernst sagen kann. Wie ist die bekannteste Person aus Wien? Nur zur Erinnerung, welche Personen wirklich bekannt sind in Wien. Rav Camorra, Jan Huren, Mozart, Falco, Just Dennis, Nazar, David Alaba. Und das waren jetzt nur die bekanntesten Namen. Da gibt es noch deutlich mehr. 13 Fragen von Team Dodevska. 13 Fragen von Team Nafri. Sie stellen sich gegenseitig Fragen. Und ich hoffe, es fliegt keine Folgen. Danke für die Erklärung, wie das Video aufgebaut ist. Ähm, aber wer ist das eigentlich? Ich meine, man kennt Sarah, man kennt Omar, man kennt Alper. Ich habe ehrlich davor noch nie was von diesem Nuri gehört. Und ich wünsche dir so sehr, das wäre so geblieben. Ihr werdet noch verstehen, was ich meine. Kleiner Spoiler, er ist todes unsympathisch. Aber egal. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum die überhaupt so ein Video zusammen gedreht haben. Du wirst ganz genau, warum ich heute mit der Deskabine bin. Weil ich hängeln. Weil ich Cash brauche. Weil ich Geld brauche. Ah, okay. Geldgeilheit mit Humor überspielen. Sympathisch. Ist ja okay, dass du Geld verdienen willst, aber die Art, wie du das kommunizierst, wirkt irgendwie sehr cringe. Ja, ich will einfach das Video bis in 10 Minuten strecken, Alter. Deswegen. Ja, streck doch das Video irgendwie anders, Alter. So unangenehm. Bis Sekunde 28 ist das Intro. Von Sekunde 28 bis Minute 1, Sekunde 7 ist dann Content. Dann gibt es wieder Gestrecke von Minute 1, Sekunde 7 bis Minute 1, Sekunde 50. Und von Minute 1, Sekunde 50 bis Minute 7, Sekunde 3 gibt es dann wieder Content. Und von Minute 7, Sekunde 3 bis zum Ende des Videos streckt er das Video, indem er auf seine eigenen TikToks reagiert. Ohne das Gestrecke hätte das Video 5 Minuten und 52 Sekunden gedauert. Und er streckt dieses Video so unheimlich umsonst. Ich zeige euch mal, warum. Da gibt es so eine Seite namens Social Blade. Dort wird angezeigt, was ein YouTuber ungefähr verdienen könnte in einem Monat. Laut Social Blade liegt das bei Omar ungefähr zwischen 3 und 55 Euro. Ja, Geld ist Geld, aber Hand aufs Herz. Das Gestrecke für die 2 bis 3 Euro mehr hättest du dir sparen können. Na gut, machen wir weiter. Omar wird im Video gefragt, warum er mit TikTok aufhören will. Und er meint, er fühlt sich nicht mehr wohl dort wegen TikTokern aus Wien. Diese Wiener, siehst du, Bruder. Über, Bruder, die haben 10k, okay, Bruder, die denken, wir sind ehrlich, Sas. Halas, Bruder, halas. Wallahalas, ihr 2 führt euch auch auf, als wärt ihr anders Fame. Wir sind alle Ameisen, also kommt mal wieder auf den Boden, bitte. Die streiten sich verteilt über die 2 Teile, ja, die haben wirklich 2 Teile gemacht, einen auf Harry Potter, darüber, dass der andere nur wegen dem anderen relevant ist und wer mehr Videos über den anderen gemacht hat. Dass ich für die Fan geworden bin. Ich will wissen. Was habe ich für die Fan bekommen? Oder du kommst nicht mit der Wahrheit. Oder du hast einfach 30 Videos über mich gedreht. Nein, Leute, wir reden nicht, wir reden nicht über dieses Thema, okay, leider, sorry. Die ganze Zeit, ich höre das. Ich habe schon keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich glaube scheiße. Ich habe so viele, sehr viele. Also bitte, TikTok, TikTok, voll mit mir. Egal, Leute, es sind ihr bis. Um das ein für alle Mal zu klären, habe ich mir die Mühe gemacht und ernsthaft nachgezählt. Zumindest hatte ich das vor, aber Leute, ihr könnt es mir nicht übel nehmen, dass ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht habe, deren Content durchzusuchen. Ich kann mir das selber einfach nicht antun, ich bitte um Verständnis. Aber wir können eins auf jeden Fall sagen, es bringt euch beiden auf jeden Fall was, wenn ihr Videos übereinander oder zusammen macht. Und ich würde es unnormal feiern, wenn ihr nach dem allem einfach ein Paar werden würdet. Ich schwöre, das wäre das Beste, was 2021 passieren könnte. Oh Mann, bitte, bitte, bitte geht in eine Beziehung. Euer Video hätte so gut werden können. Aber statt, dass da vernünftige Fragen gestellt worden sind, kamen solche Sachen. Es ist einfach so schwach, auf das Aussehen einer Person zu gehen. Und es ist mir hart egal, ob du beim Schneiden des Videos das eingesehen hast, dass das einfach nur dumm ist, weil dieser Arschnitt wirkt mega aufgesetzt. Ein und auf okay, ich muss das sagen, damit ich kein Hate kriege. Vor allem bei einer Sarah, Alter, die hat so unnormal viel Angriffsfläche und du suchst ihr ihr Aussehen raus? Das spricht jetzt nicht unbedingt für deine Intelligenz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass fast jede Frau auf dieser Welt mit Make-Up anders aussieht. Der Konter von Sarah auf das Ganze war krass, wenn es stimmt, was sie sagt. Und nein, Sarah, ich finde es nicht okay, Sachen wie Facetune zu benutzen. Ich bin einfach kein Fan davon, die Realität zu vertuschen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch alleine mit der Meinung, aber wie Rav Kamorra1 sagte Aber egal, machen wir weiter. Ihr wisst nicht, wie sehr mich diese Aussage aufregt. Wie manche von euch schon wissen, habe ich damals mit Mois zusammen Psychologie ein Semester lang studiert. Man kann deswegen Sarahs Fake-Persönlichkeit komplett durchschauen. Sarah gibt gerne an. Sarah tut so, als würde Wien ihr gehören. Wenn die nennenswerte Summen umsetzen würde, würde sie 100% damit angeben. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Anders kann ich mir diese Alman-Aussage überhaupt nicht erklären. Wann sagt es endlich deinen Fans, dass wir schon mal was am Laufen haben? Leider stimmt das nicht, aber ich wünsche es mir so sehr, dass es in der Zukunft passiert. Du redest sicher, wir hatten Beef und ich habe diese TikToks gemacht, Cousin, Cousin, wie ist das? Und keiner hat mir geglaubt, aber wie findest du, dass ich einfach mit deinem Cousin was hatte? Egal, er war eh hässlich. Oma, pass auf, die will dich, hatte deinen Cousin schon, die will deinen ganzen Stammbaum haben, Bruder. Sperr mal alle weg. Nächste Frage an Omar ist, wie kann man eine gute Beziehung vor der Kamera vorspielen, aber hinter der Kamera sind einfach nicht betrügen. Jo Wanda, ich schaffe einen Mutter, was redest du? Na Wanda, ich habe keinen Bock mehr auf, dass die Scheiße ist. Nicht ganz Sarah, er hat das ganze nur gefakt für Reichweite und dann einen auf, ja wir haben das nur gemacht, um euch die Message mitzugeben, dass ihr nicht alles glauben sollt, was ihr seht. Na klar. Was sagst du dazu, dass du immer noch irrelevant bist, obwohl du mit Sarah und Deska Beef hattest? Irgendwie witzig, dasselbe hat sie mir auch mal vorgeworfen. Ich frage mich echt manchmal, ob sie ernsthaft glaubt, dass sie die Partin von Wien ist. Du denkst auch, du bist ein YouTube-Video. Warte, du denkst auch, du bist ein YouTube-Video. Du hast mich angerufen, du hast mich angerufen, dass sie mir sagt, ja mach mal YouTube-Video zusammen. Aber du hast ja zu dem Video gesagt, ihr seid einfach beide genau gleich peinlich. Ich merke immer mehr, wie ich dümmer werde beim Gucken dieses Videos. Es tut einfach nur noch weh. Achtung, Achtung meine Damen und Herren, Alper Abimis kommt zum Wort. Aber guck mal, warum ging es in deinen letzten YouTube-Videos? Warum ging es in deinen letzten TikTok-Videos? Ich zeig dir jetzt mein Letzt-Tik-Tik-Tik-Video. Ich zeig dir jetzt mein Letzt-Tik-Tik-Video. Du kannst mich nicht ficken. Wallah, so egal, ob Alper und Sarah recht haben. Ich feiere einfach so sehr, wie die Aussage von Alper Omar triggert. Ey, ist so sauer. Ich liebe es. Ich find's auch erstaunlich, wie Alper der normalste in dem Video ist. Ich schwöre, ich und Alper sind so. Auch wenn Sarah uns nur manchmal erlaubt, uns zu sehen. Alper! Hi! Na geh schon. J.D. 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 Vielleicht wird er mich eines Tages auch so lieben. Er ist da! Alper! J.D. Alper! J.D. 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 Ich glaube nicht, sonst hätte er das schon alles veröffentlicht. Ich habe da Gott sei Dank noch sowas wie Anstand. Wien gehört dir oder was? Wo ist denn, du machst den kurz, das ist mein Nachbar. Das schmeißt mich raus aus Wien, wenn wir in die Geld. Wow, das ganze gehört also Sarah. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Sarah Stadt leben darf. Danke Sarah. Achtung meine Damen und Herren, Oma schieß gleich den Vogel ab. Wie fühlst du dich nach einem fast ganz Wien mit dir dringend war? Tiefgarage. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Tamam, Oma, du bist heilig, du hast noch nicht mal Händchen gehalten mit einer. Erstmal Sarah Slutschämen, verstehe echt nicht, was so interessant am Sexleben anderer ist. Und noch weniger, was daran verwerflich sein soll. Juckt mich halt persönlich überhaupt nicht, vor allem, weil Sarah so viel andere Angriffsfläche bietet. Uff, das tut einfach nur noch mehr weh, Alter. Und jetzt zum Abschluss das Best-Off von Nuri, wie gut erzogen und sympathischer ist. Ey, die Bitch, zuerst. Jeder will sich nur f***en, nur beinahe, das Stück Scheiße. Das verstehst du nicht. Was soll du von... Bruder, ich auch, ich schaff mir um dich. Ich mein's ernst jetzt. Nein, natürlich. Hast du Hunger? Pfoten weg. Scheiß. 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 Also. Cakefish. Ehrlich, Mann, schwör, Bruder. Dreckige Nutze. Ja, lief doch. Deine Frage, du Behinderter. Ich brauche echt nicht mehr viel dazu sagen, oder? Ich mag keinen von denen außer Alpa, Jason Sabré. Alle anderen todesunsympathisch. Hört auf, diesen RTL-Content zu unterstützen, um gut isst. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein und bleibt gesund, Freunde.